Hallo und herzlich willkommen meine Lieben. Ja, an dieser Stelle muss ich jetzt erstmal einen kleinen, ja, einfach nochmal, jetzt einfach eine Sache zwischendurch reinschieben. Ich bedanke mich vielmals bei den über 1309 Abonnenten, die dieser Kanal in den letzten, ja, etwas mehr als 24 Stunden gemacht hat. Und ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass das so heftig anläuft. Über 30.000 Aufrufe, über 700 Kommentare, da hätte ich absolut nicht mit gerechnet. Vielen, vielen Dank für alle, die diesen Kanal dadurch unterstützen, unterstützt haben, im Wachstum gestreckt haben. Vielen Dank, meine Lieben. Auch die, ähm, sich anderweitig mit Unterstützung erkenntlich gezeigt haben, auch denen vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin selber im Moment wirklich echt baff, was hier in den letzten knapp 24 Stunden abgelaufen ist. Da hätte ich absolut nicht mit gerechnet. Und, wie gesagt, nochmal ein riesiges Dankeschön an jeden von euch. Ja, äh, für die, die jetzt schon die, das ist natürlich jetzt der geringste Teil meiner Abonnenten, für die, die das hier schon kennen, die sehen jetzt hier, dass ich eine neue Grafik eingebaut habe, beziehungsweise einen neuen Reiter. Den werde ich euch natürlich auch wieder unter dem Video verlinken. Und, ähm, hier werde ich euch jeden Tag eine Ungereimtheit aufzeigen, die mir, seit ich diesen Kanal Mitte November quasi so ins Leben gerufen habe, jeden Tag aufgefallen ist. Ähm, nochmal so eine kleine Randnotiz für die neuen Abonnenten jetzt. Auf diesem Kanal ist es so, die 11 Uhr Videos, die kommen nicht regelmäßig. Wenn ich die Zeit habe, vorzuproduzieren, dann lade ich die hoch und stelle die dann irgendwann zu bestimmten Tagen um 11 Uhr online. Das ist aber kein Must-Have-Video, sage ich jetzt mal. Also es gibt auch viele Tage, wo ich das nicht mache. In der Regel kommen bei mir um 16 Uhr die Kurzfassungen, wo ich halt einmal hier über die, ähm, Reiter drüber gehe, die ihr jetzt seht und abends zwischen 19 und 21 Uhr, je nachdem wann die Daten verfügbar sind, veröffentliche ich immer den Tagesreport. In dem Tagesreport gehe ich auf verschiedene Sachen ein, wie zum Beispiel auch diese Sonderauswertungen, die dann mitveröffentlicht werden, wie die Sterbefälle, wie die, äh, Infektionsumfelder, wie die Testungen, ähm, und so weiter. Das wird also, das ist immer in dem Abend, in diesem Abendvideo mit drin. Ähm, ja. Ja, dann starten wir jetzt mal in die Zahlen rein. Wir fangen mal auf der normalen Seite an, die wir am Anfang immer haben. Das ist hier vom RKI die Startseite zu der ganzen Geschichte. Am 7.1. haben wir 26.391 sogenannte Fallmeldungen, 101.319 in den letzten sieben Tagen. Die Inzidenz ist jetzt auf 122 zusammengewürfelt. Und wir haben 37.607 Verstorbene seit Beginn der Aufzeichnungen mit und an Covid-19. Hier auch nochmal der Hinweis, normalerweise hätten die Zahlen am, in der Kalenderwoche 40 getrennt werden müssen. Weil normalerweise ab der Kalenderwoche 40 die neue sogenannte Welle beginnt. Und wenn man jetzt eine zweite, es sind, also ich werde da nochmal ein Video machen, wo ich das ganz nochmal mit diesen Viruswellen nochmal ein bisschen detaillierter erkläre. Auch mit Schaubildern und sowas, dass die, die jetzt nicht ganz so in der Materie drin sind, das ein bisschen besser verstehen können. Ja, wir sehen hier diesen 14-Tage-Trend. Da sehen wir auch weiterhin diese Wellenform. Das ist jetzt im Moment alles ein bisschen verzerrt, entzerrt, weil wir ja nicht an allen Tagen entsprechende Meldungen bekommen haben. Was ich aber dazu sagen möchte, wir haben jetzt hauptsächlich Menschen gehabt, die tatsächlich Symptome entwickelt haben und deshalb zum Arzt gegangen sind und daher die Meldungen zustande gekommen sind. Das heißt, meine persönliche Vermutung ist, dass wir eigentlich eher in diesen Bereichen sind. Die höheren Bereiche hier, das waren die Tage, wo gearbeitet worden ist, wo Nachmeldungen aus den Vortagen abgearbeitet worden sind. Und ein weiterer Hinweis, die 14 Tage hier oben, wenn wir die zusammen addieren, bekommen wir eine Zahl, die mehrere 10.000 geringer ist, als die hier unten genannte. Gestern hatten wir auch wieder 1070 Verstorbene. Wir gucken gleich im DIVI-Register, wie viele auf Intensivstationen verstorben sind. Und auch hier werden wir einen verhältnismäßig großen Anteil wieder an Nachmeldungen drin gehabt haben. So, je mehr Infizierte ich draufrechne, umso mehr bekomme ich. Wortlaut von der Echse. Ist übrigens ein gutes Video, Echse spielt Corona in Entenhausen oder so ähnlich. Kleiner Tipp, so kleine Empfehlung, das kann man sich echt mal angucken. Wir haben einen R-Wert, der bei 0,83 liegt. Wir sehen schon die ganze letzte Zeit, ist der unter 1. Und es hieß Anfang der ganzen Geschichte immer, unter 1 ist gut. So, jetzt sehen wir im Moment, dass kein Landkreis mehr über der 500er Inzidenz ist. Und jetzt, meine Lieben, kommt eine Auffälligkeit. Wir haben hier oben 26.391 gemeldete Fälle. Wenn ich jetzt hier mir das Ding aufrufe, nach Erkrankungsbeginn, ersatzweise Meldedatum. Das bedeutet, wir haben eine Meldung über einen positiven Test. Wir haben aber vom Arzt keine Bestätigung, dass der Mensch auch krank ist. Das heißt, wir haben hier eine Meldung. Und ihr seht hier, dass also diese gelben, das ist seit, wie gesagt, ich müsste jetzt mittlerweile eigentlich wissen, wie viele der gemeldeten Fälle habe ich aus Oktober, die Krankheitsbeginn haben. Und dann muss man das eigentlich meiner Ansicht nach differenzieren zwischen erkrankt und ohne Symptome. Und ohne Symptome stellt sich dann die Frage, ist es eventuell ein falsch positiver Test. Muss man ganz ehrlich so fragen dürfen. So, wenn ich jetzt hier auf den 6.1. gehe, die Meldungen sind immer vom Vortag. Also das, was ich jetzt heute hier abrufen kann, ist immer der Vortag. Genauso die Zahlen, die gemeldet werden. Und jetzt sehe ich hier, dass wir am 6.11.11.1373 Meldungen haben. Jetzt gucken wir nochmal hier auf die Zahl. Wir sehen also hier, dass wir über 100% Aufschlag haben zu dem, was an Meldungen gekommen ist. Und diese Ungereimtheit, meine Lieben, die sehe ich, seit ich diese Videos mache. Und wie gesagt, ich habe am 18.11. angefangen, das Ganze zu machen. Ich mache das seitdem jeden Tag. Und sehe jeden Tag diese Differenz. Deswegen nehme ich die Grafik jetzt auch hier mit auf, damit ihr das Ganze entsprechend sehen könnt. Ich entschuldige jetzt schon mal an dieser Stelle, dass das Video heute was länger wird. Einfach, weil ich doch zwischendurch mal ein bisschen mehr reden muss, als es vielleicht gut wäre. Aber dadurch, dass ich jetzt so viele neue Abonnenten habe, möchte ich einfach bei ein paar Sachen nochmal so ein paar Erklärungen zu abgeben, wie das Ganze aufgebaut ist, was ich hier in diesem Video mache. Wir sehen hier das Divi-Register. Auch hier ist die Hauptseite. Diese hier ist verlinkt. Ich habe ein Video, wo ich nochmal genau erkläre, was wo in diesem Divi-Register zu finden ist. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass ich euch das oben rechts in der Ecke oder oben links in der Ecke verlinken kann, dass ich euch dieses Video zur Verfügung stelle. Oder ich packe das, genau, ich packe es in den Abspann rein, meine Lieben. Wir haben hier den Tagesreport. Wir gehen jetzt aber erstmal kurz auf die Karte ein. Wir sehen, dass der größte Teil bei weit unter 25% Belegungen mit Covid-19-Patienten sind. Die Skala hier zeigt an, wie hoch der Anteil ist an Covid-19-Patienten. Das heißt, wären so viele, so lapidar das klingt, hätten wir so viele Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, müsste die gesamte Deutschlandkarte dunkelblau sein. Dann haben wir ein wirkliches Problem mit Corona-Patienten auf den Intensivstationen, weil dann sind wir bei über 55% Auslastung in den Kliniken. Und dann kann man schon sagen, okay, da stimmt was nicht oder da ist was Stärkeres im Argen. Wir sehen aber hier, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben, wo diese dunkle Färbung vorhanden ist. Wir sehen aber auch, dass in den Nachbarkreisen genug Kapazitäten frei sind. So, jetzt gehen wir einmal in den Tagesbericht rein. Ui, meine Lieben, fällt euch das auf? Jetzt zeige ich euch nochmal gerade was, gerade für die, die neuer sind. Im November haben noch bis zu 1290 Kliniken gemeldet. Anfang Dezember war, also am 1. Dezember waren es 1287 und am 1.1. waren es nur noch 1286. Jetzt sind wir im heutigen bei nur noch 1285 Kliniken. Auch wieder interessant. Wie gesagt, das ist jetzt nochmal der Hinweis. Hier oben seht ihr, der Bericht ist also vom 7.1. Wir haben momentan 5491 Personen in intensivmedizinischer Behandlung mit und wegen Covid-19. Wir haben 3099 invasive Beatmungen. Eine Quote von 56%. Hier nochmal kurz der Sprung rüber zum 1.12. Da hatten wir 60% Beatmungsquote. Wir haben gestern 845 beendete Behandlungen auf intensiv gehabt, von denen 203 Patienten deutschlandweit verstorben sind. Jetzt nochmal kurz in Erinnerung rufen. Wir haben über 1000 gemeldete Fälle. In der Regel ist es so, dass die gravierenden Krankheitsfälle auf den Intensivstationen landen und dann auch dort versterben. Entschuldigung, ja, sie verschwinden aus der Tat, aber wir wollen jetzt nicht pietätlos werden. Wir sehen hier, dass wir momentan 22.462 Betten belegt haben. Wir haben 4.478 Betten frei und wir sind bei unter 10.800 Betten in der Reserve. Auch hier nochmal kurz auf den Dezember gegangen. Dort hatten wir ähnlich viele Betten belegt wie jetzt, hatten aber 5.460 freie Betten und hatten eine Reserve von 11.783. Also wir sehen hier schon, dass wir eine Reduktion haben an Betten und wir haben auch hier in dieser Notfallreserve eine Reduktion. Das finde ich persönlich schon sehr interessant und ist auch der Punkt, wo ich immer sage, da möchte ich darauf hinweisen, weil das einfach eine Ungereimtheit ist zu dem, was in den Medien berichtet wird. Warum werden die Betten reduziert, wenn wir doch angeblich eine so schlechte Krankheitsfälle haben? Das ist einfach eine Frage, die sich jeder mal für sich selbst stellen und versuchen sollte zu beantworten. Wir sehen auch hier, dass wenn wir die Sachen hier zusammenrechnen, haben wir gute 12.000 Betten gehabt in dem Bereich April bis Mai 2012. Wenn wir jetzt hier das zusammenrechnen, kommen wir auf noch nicht einmal mehr 9.000. Da sehen wir also auch schon, dass wir einen ziemlichen Schwund im Grunde genommen haben. Also, wie gesagt, das könnt ihr euch öffnen. Ich verlinke euch die Seite hier. Wenn ihr hier auf den Tagesreport klickt, öffnet sich das zweite Fenster und ihr könnt euch diese Sachen auch selber nochmal angucken. Alles, was ich in meinen Videos zeige, alle Seiten sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt euch das alles anschauen und auch alles selber nachlesen, nachprüfen. Wir haben hier noch die Helios Kliniken. Das ist jetzt die Gesamtübersicht. Dort haben wir im Moment 12.134 Patienten ohne Covid-19-Indikationen auf den Normalstationen, 1459 mit Covid-19-Indikationen. Ich sage hier bewusst Indikationen, weil ich von vielen weiß, die in Krankenhäusern arbeiten, dass die Patienten quasi gar nicht bestätigt sind. Das sind keine laborbestätigten Covid-Infektionen in den meisten Fällen. Natürlich haben wir Ausprägungen, wo wir schwerwiegendere Verläufe haben. Das streitet auch keiner ab. Das streite ich auch nicht ab. Aber es ist de facto so, dass diese Anzahl eigentlich nicht sehr hoch ist. Es gibt viele, wie gesagt, guckt euch mal die Berichte an von Intensivpflegekräften, von Pflegekräften aus den Krankenhäusern. Da gibt es auch mehrere, die darüber berichten, wie es da tatsächlich aussieht. An der Stelle der Hinweis, ich komme sonntags abends um 20.30 Uhr immer live. In dem Live gucken wir uns dann nämlich hier unten immer einzelne, das mache ich immer im Live über den Chat mit euch, gucken wir uns immer einzelne Bereiche an, einzelne Kliniken an, wie da genau die Auslastung ist. Beim letzten Mal zum Beispiel hatten wir den Vogtlandkreis gehabt. Den haben wir mal in den Fokus genommen, weil der halt in der Inzidenz über 500 gestiegen ist, kam da halt die Anfrage aus der Community. Und das werde ich auch diesen Sonntag wieder machen. Ich vermute mal, dass ich das so mache, dass ich erstmal das normale Programm mache und dann wahrscheinlich so nach einer halben Stunde die Pflegekraft aus dem Nachtdienst dann ins Live dazuhole. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen den Faden verloren. Also bei den Helios Kliniken haben wir 1026 Patienten ohne Covid-19-Indikation auf den Intensivstationen und 452 Patienten mit Covid-19-Indikationen. Also gut ein Drittel. So, hier haben wir die RKI-Karte zur Influencer-Welle. Die ist momentan wieder sehr dunkel, also im normalen Bereich. Und jetzt müsste die eigentlich langsam anfangen, sich so in diesen, ja leicht grünlich bis gelben Bereich so, müsste die sich jetzt langsam anfangen nach oben zu schieben. Wir haben aber auch hier das Problem, dass immer wieder Verschiebungen in den Karten da sind. Das ist ja auch kritisiert worden. Wir haben jetzt schon quasi Kalenderwoche 2, haben hier aber Kalenderwoche 53. Freitags meine ich kommen die Berichte zur Influencer. Die nehme ich dann auch auf. Hier ist immer noch die Kalenderwoche 48 drin. Die Kalenderwoche 49 ist noch nicht verfügbar. Und hier ist auch meine Grafik, die ich euch auch immer einmal zeige. Wir haben hier die Altersgruppe 67 plus, sind bei uns in Deutschland 16,1 Millionen Menschen, ein Anteil von 19 Prozent. Wenn wir jetzt die Jahrgänge 60 bis 66 noch mit hinzu addieren, haben wir ja die sogenannte Risikogruppe. Da müssen wir aber noch die Menschen mit körperlich-geistigen Behinderungen einrechnen, die auch teilweise immungeschwächt sind und die unter 60-Jährigen, die bereits chronisch erkrankt sind. Und wenn wir das zusammen addieren, kommen wir wahrscheinlich auf um die circa 22 bis vielleicht auch 23 Millionen Menschen in Deutschland. Und damit sind wir schon bei einem Anteil von 25 Prozent. Das sollte man auch immer im Hinterkopf haben, wenn man diese ganzen Sterberate, gerade jetzt Sachsen, da zeige ich euch heute Abend in dem Video nochmal für die neuen, eine Karte im Bericht heute Abend. Hier ist ein Artikel der Daily Mail, den verlinke ich euch auch jedes Mal unten drunter, weil wir haben hier einen Bericht, wo also daraus hervorging, dass ein Leitersturz zu einem Corona-Toten geworden ist, obwohl der positive PCR-Test in keinem Zusammenhang mit dem Todesgeschehen gestanden hat. Wir sehen hier momentan, die Biontech-Aktie ist im Vergleich zum tiefsten Punkt heute im Lauf des Tages 4,01 Prozent im Plus zum Zeitpunkt der Aufnahme. AstraZeneca ist im Vergleich zum Höchststand 2,67 Prozent im Minus. Pfizer hat ein leichtes Minus von 0,43 im Vergleich zum Höchststand. Und Moderna ist für mich immer die interessanteste Aktie. Ist jetzt momentan mit 3,57 Prozent im Plus im Vergleich zum niedrigsten Stand. Sie war aber, ich meine Anfang bis Mitte Dezember, war diese Aktie bei einem Stand von fast 150 Euro, wie wir hier sehen. Dieses 52 Wochen hoch, ich kann mal gerade gucken, ob wir das hier schon sehen. Ja, das war so... Irgendwann im Dezember rum war das kurzfristig. Das sind ja immer hier die Endkurse. Irgendwann hier so Anfang Dezember rum in der Ecke war der Aktienkurs bei fast 150 Euro. Das finde ich immer interessant, auch diese Aktienwerte so ein bisschen mit reinzunehmen, ein bisschen mit im Auge zu behalten, da die ja mit dazugehören. Ach genau, ich kann euch die Karte jetzt gerade schon mal zeigen. Wir sehen hier, dass alle Bereiche auf der Deutschlandkarte, die bläulich gefärbt sind, mindestens 30,1 Prozent Anteil der Bevölkerungsgruppe 60 und älter haben. Und wir sehen auch, dass diese sehr stark in dem Bereich sind, wo wir auch diese Läufungen in den Inzidenzwerten haben. Also wir sehen, dass da auch ein kausaler Zusammenhang hängt, in vielen Fällen zwischen der Altersgruppe 60 und älter und den Inzidenzwerten. Ja, meine Lieben, jetzt ist das Video doch verhältnismäßig lang geworden für die sogenannte Kurzfassung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, weil gerade, wie gesagt, für die 1309 Abonnenten wollte ich das jetzt einfach nochmal aufschlüsseln, wie ich das Ganze hier handhabe. Die nächsten Videos werden natürlich dementsprechend etwas kürzer ausfallen. In der Regel meistens so um zwischen 4 und 7, 8, 9 Minuten, je nachdem, wie viel ich mich verquatsche oder ähnliches. Und wie gesagt, die Abendsberichte, die sind halt auch manchmal was länger, weil halt dort einfach nochmal verschiedene Zusatzauswertungen im Tagesreport sind. Ja, allen, die bis hierhin durchgehalten haben, nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für den Support für diesen Kanal. Gerne weiterhin liken, teilen, kommentieren. Ja, wenn ihr abonniert, bitte die Glocke auch aktivieren, damit ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. In dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch Feinde zu sein, macht euch die Quellen selbst zugänglich und schaut sie euch auch selber an. Euer Mike.